Im Forum der Lausitzhalle macht derzeit das BITZ-Mobil der Bautzener Agentur für Arbeitsstation. Bis zum 10. Februar können sich hier interessierte Schüler jeweils montags bis freitags über Ausbildungsberufe sowie Studienmöglichkeiten informieren. An den Computern stehen kostenfreie Internetarbeitsplätze bereit und man kann einen Berufswahltest absolvieren. Berufsberater geben zudem Bewerbungstipps. Untertitelung des ZDF, 2020